Was ist das, wenn politische Themen sachlich, transparent und gut recherchiert übergebracht werden? Wenn ich zuerst merke, dass ich informiert werde. Ich komme die Information rüber und wenn ich sehe, dass etwas dahinter ist, hat man auch recherchiert. Guter Journalismus ist auch dann, wenn ich merke, dass es kommentiert wird, analysiert wird. Und wenn ich das als Leserin, als Seherin und als Hörerin gut nachvollziehen kann. Wenn die Realität gut abgebildet ist, wenn Leserinnen und Leser angeregt werden, auch um selber nachdenken, um selber eine Meinung zu bilden, um zu verstehen. Und wenn guter Journalismus ist, auch wenn das, was berichtet wird, eine gewisse gesellschaftliche Relevanz hat und beiträgt zur Meinungsbildung, zum politischen Leben, zum gesellschaftlichen Leben. Wenn es gut recherchiert ist, klar und nicht tendenziös auch dargestellt wird in den Zeitungen oder in den Artikeln. Und wenn es anregt zu guten Diskussionen in der Bevölkerung. Wenn ich überrascht bin und anfange nachdenken.